Und jetzt ist es der 60. 5. März im Jahr. Frau Fieberin geht aus dem Spiel beim FC Bayern. Danke Frau, für ihn jetzt neu dabei. Und sieg noch mal 18. Fuhr! Und genutzt die Gunst der Stunde, wie wir Bayern und der FC Bayern präsentieren Ihnen die Zuschauerzahl. So, heute ist es im Achtelfinal-Rückspiel gegen Schafjord. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in diesem schönen Stadion. 70.000 ausverkauft in allem. Dankeschön und bis kommt.